Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play PTP2 Pro Train Perfect 2 mit mir, dem Gelexible Crafter. Ich habe mir etwas Besonderes ausgesucht, also etwas Besonderes, ein Szenario halt. Nämlich fahren wir die S11 auf der Leipziger S-Bahn. In der Szenario S11 hin und her fahren sie die S11 von Wurz nach Leipzig Hauptbahnhof und wieder zurück. 63 Minuten, Schwierigkeitsgrad schwer, ist doch was sonst, wir fangen an. Finde ich nicht schlecht, ich esse nebenbei ein paar Kekse. Genau. So, Alter. Entschuldigung. So. Das sind wir auch schon im Game, im Führerstand erscheint. Ah. Wir rissen natürlich selber auf, wir machen die anderen zwei Anzeigen da unten weg. So. Wir befinden uns hier in Wurzeln und fahren als erstes, ich bin das Szenario natürlich schon mal Test gefahren, fahren wir als erstes mit dem Dostos Steuerwagen der Deutschen Reichsbahn, der alten Deutschen Reichsbahn, den es auch heute noch in Betrieb gibt, aber nicht mehr so oft. Und auch nur in DDR-Gebieten. Also als erstes fahren wir mit diesem Steuerwagen und dann zurück geht es wieder mit einer Baureihe 143, die am Anfang uns schiebt und dann uns zieht. So, wir begeben uns in den Führerstand und rüsten den Zug auf. Wir machen den Hauptschalter ein mit diesem Hebel. Warten, bis er hochgefahren ist. So. Wir heben einen Stromabnehmer und zwar den zweiten, normalerweise. Jetzt gucken wir, ob das der richtige ist. Nein, es ist nicht der richtige, denn wir brauchen den hinteren beim Schieben. Den brauchen wir dann nachher, wenn wir wieder zurückfahren. Also senken wir diesen wieder und heben den ersten. Sehr gut, so muss es sein. Wir machen die Lichter an. Nämlich, dass vorne weiß ist und hinten rot. Schluss ist rot. Vorne weiß, das ist sehr schön. Wir schalten das Klima-Grad auf Automatik ein und die Heizungstirnscheibe aus. Wir machen die Ebola an. An diesem Knopf hier einmal drücken und nach oben ziehen. Sie fährt hoch. Genau, so. Jetzt sehen wir auch hier schon mal, unsere Rückfahrt ist das. Die S11 von Leipzig nach Wurzen. Wir müssen aber erstmal nach Leipzig. Deswegen machen wir nächster Fahrplan. Hier mit diesem Drücker. Dann haben wir schon Wurzen-Leipzig. Das bauen wir in der nächsten Seite. Dann haben wir hier unseren Fahrplan. Automatisch ist die Zugzielanzeige hier oben eingestellt. Gucken wir mal, ob war das. O, ist eh schon jetzt gleich. Noch ist aber rot. Genau, wir reden den Fahrtrichtungsschalter oder Fahrtrichtungsschalter nach vorne. Jetzt ist grün. Am Gleis 1, bitte einsteigen. Türen schließen selbstständig. Vorsicht bei der Abfahrt. Das machen wir doch gerne, denn wir sind ja brav, Leute. Wir lösen die Bremsen hier. Und wir fahren mit der AFB los. Das ist hier dieser Hebel. AFB AFB Wir dürfen auch im Moment noch nicht schneller fahren. Entschuldigung. Genau. Ja und nochmal zu den Videos, die Videos werden jetzt ca. 5 Minuten dauern, dann immer einen Cut und dann immer wieder so einen Video von 5 Minuten. So, wir können hier jetzt auch gleich aufschalten auf 160, dafür stellen wir einfach ganz hoch, weil die Lok kann nämlich nicht schneller als 120, wie wir hier auch sehen. Da ist die Fahrkraft, deswegen machen wir jetzt auch die AFP aus. Wir machen das so, weil da kann sie manchmal ein bisschen schneller. So, wir fahren jetzt durch Wurzenwest durch. Keine Probleme, jetzt ein wenig. So, Wurzenwest. Hier fahren wir durch. Wir begrüßen kurz die Fahrgäste. Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Ich begrüße Sie im Namen des Zugpersonals und der Deutschen Bahn, der ist 11 nach Leipziger Bahnhof. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt unserer nächster Fahrplan mit der Gehalt ist, Altenbach. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das gesamte Zugpersonal. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Ich würde einfach eine angenehme Fahrt. Und das kann jetzt erst gehen, bei der Bahn. Ich weiß nicht wieso, aber ich sage irgendwie immer die Ansage mit. Weil ich finde es nicht... Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es manchmal irgendwie witziger. Haben die Bremsen schon mal reingelegt? Nächster Halt, Altenbach, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Da vorne ist erst der Bahnsteig, da hast du geguckt, hab ich wieder toll gemacht Genial, ich bin ja toll Oh man Oh, Entschuldigung Jetzt müssen wir aber riefen hier Kannst man da sein? Oh, ziemlich pünktlich sogar Oha, kommen wir noch zum Stehen Mal mit der Linktischung nachhelfen